Okay, könntest du schwanger sein? Nein, niemals. Aber das war doch dein Freund gerade, oder? Ja. Und seid ihr sexuell aktiv? Ja. Aber ihr verhütet in irgendeiner Form? Nein. Aber wenn ihr sexuell aktiv seid und nicht verhütet, wie könntest du dann nicht schwanger sein? Wir haben schon so oft miteinander geschlafen, ich werde einfach nicht so schnell schwanger. Äh, dann würde ich mal sagen Glück gehabt bis jetzt, aber das ist eigentlich kein Argument. Nee, glauben Sie mir, wir machen es so zwei bis dreimal am Tag. Okay, too much information. Manchmal auch mit einer dritten Person. Ich will das gar nicht so genau wissen. Ich würde dir nur mal empfehlen, ein Haar oder so von ihm mal aufzubewahren. Hey, wieso? Man weiß ja nie, was kommt, ne? Vielleicht ein Baby. Achso, das meinen Sie, nein. Die dritte Person ist meine Freundin. Äh, äh. Aber wie lange mache ich das hier eigentlich schon? Definitiv zu lange.